Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia, wieder zu dritt unterwegs. Geister zu erschrecken. Nein, was anderes. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Hi, Geisty. Wir sind so tot. Definitiv. Ich weiß nicht, wie sie es aus machen wollen. Du bist wunderschön, aber bitte. Hatter depreite kannst du aber ausprobieren ... Was ist das? Ich will nicht Hallo? Geistig? Wo bist du? Was ist das? Das ist Fassmo. Okay, diesmal wurde der Gefriertemperaturen, also Münchgülle. Wir laufen, laufen, laufen. Wir laufen den ganzen Tag, das ist das Schlimmste. Ah, hier, guck, da, da war gar nicht mehr Mut gelöst, da. Ja, wir suchen einen Geist. Hat irgendjemand die Knochen gesehen? Ne, hab ja nicht drauf geachtet. Oh, ich stehe auf dem Bett. Ich war jetzt in jedem Raum, sinken. Und nun kann man sinken. Wenn man sagt, mit dem, mit seinem Denken. Das wird mal. Oh. 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 Senken. Oh. Was ist das? und 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 die Dann muss ich mal eben gucken, ob ich den Geist oder so auch fotografieren muss. Was sind die Aufgaben? Ich bringe den Geist dazu, ein Feuerlicht auszublasen. Verständliche Anwesenheit des Geistes an der Hand. Bewegungssensor, okay. Gut, dann kann die Kamera schon mal weg. Äh... Bewegungssensor? Mieser, Lauf! Nee, Mieser kommt gerade raus, alles klar. Ich war gerade mit Bewegung... Feuerwehr! Feuerwehr! Feinfein! Wenn du das Kuzi-Fix mit, wenn du reingehst. Wieso? Ui! Ja, weil er weg ist. Oh! Oh! Herrlich ist es! Das ist schon mal einer, der verflucht. Verflucht? Der Suffizility fließt. Sehr viel. Wir haben ihn nicht gesehen. Oder verflucht. Aber er verflucht doch immer so ein Handtuch. Ja. Ja. Ja, aber... Ja. Ja, aber... Ja, ich... Wir waren die, die als erstes drin waren. Und dann kamst du ja. Und das spiegelt sich ja wieder. Das würde ich jetzt freuen, ne? Irgendwie ja. Darauf war die ganze Zeit, dass der immer kommt. Keine Dämonen so viel ziehen. Aber Dämonen hätte uns schon längst angegriffen, obwohl er wollte ja angreifen. Ja, aber Dämonen muss es ja nicht immer unbedingt sein. Es gibt nur noch ein paar andere Geister, die genauso sind. Ja. Und gerade wo wir liegen, weil wir so ziehen. Also sollten wir das ganze erst mal einen Flur ausstellen. Also sollten wir das ganze erst mal einen Flur ausstellen. Also sollten wir das ganze erst mal einen Flur ausstellen. Also sollten wir das ganze erst mal einen Flur ausstellen. Weil hier, nimm mal schnell den Zenitipel. Hab ich doch schon. Ja, was geht denn nicht so? Wir steigen uns langsam. Doch. Wir steigen nur langsam, weil es nur das Blichtvolk ist. Von all die... Achso, von all die. Nur für die Ringverdiener. Mein Gott. Ja, das ist jetzt auch schon genommen, Jeter. Ja. Ich muss aber, glaub ich, noch eins nehmen. Gut, Alter, dann mach ich den nochmal da hin. Und dann nehm ich mir eine Flasche. Dann kannst du die letzte Flasche saufen. Ja, aber Kairi, der ist gerade rein und das schwindet schon. Nö, ist da. Also wir müssen das eigentlich alle in der Mitte da... zwischen Badezimmer und Staffzimmer aufstellen. Wo genau ist das denn jetzt da? Äh, wenn du hoch gehst auf der rechten Seite. Rechten Flur müssen wir eigentlich. fliehen. Ja. Also statt links, rechts rum. Ja. Und dann im Flur. Ja. Also... Also... ... ... wenn ich tot bin mir nicht tot wir werden alle sterben wir werden alle sterben er ist es bist du da bist du hier bist du da bist du hier mag dich auch ein das war ein komisches Geräusch das war ein das war eine das war er so das war kein richtiges stöhnen das war ja so ich komme gleich wegen umgekehrt also wir hatten gefriert temperaturen richtig so gefriertemperatur was hatten wir noch ich glaube gar nichts anderes komische geräusche ich glaube das war die wo du bist ich nicht wenn das also ja das ist obake hier der die komischen der kumpel der andere geräusche macht und einzigartige spuren hinterlässt aber obakel gibt es nicht manchmal verhandelt sich der geist und hinterlässt einzigartige spuren ja 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 aber obakel ist raus ja darum vielleicht mimik ja das kann tatsächlich sein aber der mit dem ort im flur haben oder irgendwo am flur grenzend aber ich darf ja nicht mehr rein das heißt du musst gucken ob da irgendwas so stur ist und nimmt die kopflampe geht auch hier hängt noch ein extra und die kopflampe kann auch mitnehmen das ist keine kasse videokamera ja aber die kopflampe wird auch angezeigt ja 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 da ist auch da läuft er also jagen tut sie nicht macht er ja das ist ja 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 Oh! Räucherstäbchen an! Lauf! 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 Hat sich erledigt verlaufen. Ja. Ja, warum geht er denn auf den Keller rum? Was hat er denn da gemacht? Ich hab keine Ahnung, was er da gemacht hat. Das ist ein Kerl! Er sollte um nach... ... 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